Hallo und herzlich willkommen. Ich habe gehört, in den ersten 8 Sekunden ist der Mensch am aufnahmefähigsten, deswegen mein Name ist Tobaniac. Bitte abonniert mich, liked mich, teilt mich und schreibt eurer Mutter jeden Abend einen Liebesbrief, weil sie hat's verdient. Weil sie hat euch geboren. So, ich hoffe, das hat funktioniert. Wenn nicht, also überlegt's euch. Wir spielen der dritte, vierte. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Es soll ein Horrorspiel sein. Und wir starten auch sofort, weil... Es soll unterschiedliche Enden haben, es soll eine ziemlich gute Shotgun-Physik haben, es soll Gegner haben. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich hab's gesehen und dann hab ich gedacht, naja, okay, hol's es dir. Wow, okay. Ich dachte, er lädt schon das Spiel. Work in progress. Ja, komm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich muss auch mehr sagen. Ich hab keine Ahnung. Ah, der dritte, April. Wir waren exactly on the train, that arrived from me to the station, with the bodies of innocent, already dead people. Okay. You're a sinner! All the better redeeming our most terrible sins committed in life, can you get from purgatory, the best place, get out of your dirty soul. Jetzt schreibe ich hier grad mit dem Pastor, oder was? Immer diese Gottesanbeter. Schrecklich. Ja, es soll aber halt, wie gesagt, ein Horrorspiel sein. Äh, ich hab keine Ahnung. Hübsche Ende. Ich bin grad nicht sicher, ob's leckt, oder ob das so gehört. Aber er wird sicherlich gleich sein. Willkommen! Okay. Go to the bunker. Ich hab ein Messer, wie ich gesehen hab. Oh, der Form kommt ein Messer von unkannter Subscriber. Von ihm, du kriegst ein Job und gehst auf den Plot. To turn on, off the move screen and flash, ah, you can check the message, ah, holding, ah, To get acquainted with the task, find a tap. Okay. Scheiße, wo war jetzt das Licht? Auf L. Für Licht. Was willst du von mir? Schnauze. Okay. Geht um. Wow, Alter. Irgendjemand hat's aber echt gut gemeint mit dem umgucken. Ich hab Escape gedrückt. Bitte schließ nicht das Spiel. Hi, yo. Hi, yo. Ah, hi, yo. Da war's. Äh, sind die, die. Normalerweise bin ich jemand, der relativ schnell umgucken kann, aber mein Gefresser ist ein bisschen übertrieben. Äh, was denn? Wenn Speed Cleans ist, äh, äh. Ne Spritze. Dankeschön. Warum wurde ich verletzt? Okay, warum? Okay, also soweit wie ich das jetzt verstanden habe, wir waren in einem Zug, der hatte einen Unfall, aber da waren schon vorher tote Leute drin? Ich hab keine Ahnung. Oh, Licht an hier. From the Hopper down, you go, Bethson, the place is unusual, and with every return in here, something changes. Too free, navigate through it, it is necessary to light the light. Okay. Okay. Oh, ja. Okay, ich kann eine Waffe aufheben und dann kann ich damit schießen. Ich hab während des Ladebildschirms gerade die Tür mehrmals auf und zu gemacht. Ich kann kein Kyrillisch. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Hast du mir irgendwas erzählt von wegen einer Waffe? Gibt's hier irgendwo eine? Wow. Geil. Hübsches Bild. Äh, runter. Bum, bum. Hallo, ich bin da, wenn ich mich mal begrüßen möchte. Ich stehe hier mit offenen Armen und Licht. Man kann nicht an mir vorbeidauern. Holy shit, Tür. Ähm. Okay. Oh, was? You can't go any further until you light the fire without yourself. Within yourself. Without yourself. und das Feuer an, aber sei nicht dabei. Nö. Hallo, Gegner. Ich mein, ich hab ein Total... Ja. Muss roschisch sein. Roschisch. Ich versteh nix. Mal auf die Tür. Mein Gott, was hast du dich so. Okay. Ein bisschen Leben. Nice. Bin ich schon an der Pistole vorbeigelaufen? Meine, er hat mir ein Total für eine Pistole gegeben. Halt die Fresse da. Aber ich hab keine Pistole gesehen. Mach doch auf die Tür. Mach doch auf die Tür. Irgendwie. Ich weiß nicht. Gott. Ey, ne Pistole. Gib mir das. Gib mir das. Natürlich kann ich nicht gleichzeitig. Okay. Okay, Gegner. Nee, ist er sogar richtig nicht. Wie wechsle ich denn jetzt zurück zu meinem Messer? Sag, schien, da wird da. Oh. Oh, ey. Alter. Oh. Das geht voll ins Ohr. Ich würd gern... Darf ich? Kann ich? Äh. Nope. Okay, weißt du was? Ich brauch's eh nicht. Leck mich doch. Okay, also ich hab jetzt... Okay. Nope. Lieber nicht. Scrape... Scrape. Scrape from the bunker. Aua. Hier, nimm mein Messer. Boah, ey. Sind die nervig. Bläh, bläh. So, you like it, oder? Äh, klar. Jetzt hätt ich gern das Mini-Kate. Wenn möglich. Bläh. Lass mich hier rein, du Arsch. Kann ich jetzt einfach greifen? Ne. Ja gut, lassen wir's da. Wer braucht's schon, Mini-Kate? Oh, nein. Okay, also wenn das die Gegner sind... Oh, er ist diesmaunt. Okay. Also wenn das die Gegner sind, dann ist es noch okay. Ja, ficken. Ha, ha, ha. Ich hab jetzt einen epischen Kampf erwartet. So ein kleines Messerchen in den Rücken, dass das so genügt? Okay. Na gut. Dann wollen wir mal. Bäh. Ist der Raum irgendwie nützlich? Nein. Null. Okay. Kann ich hier rauf? Ja. Kann ich hier rauf? Ja. Spring mal rauf da. Okay. Ach, die Decke ist so... Okay. Hm. Na gut. Riecht die Tür auf? Ich hab halt keine Ahnung, wo ich... Es käme zu Banker. Ich meine, ich bin hier gerade erst rein. Ne. Mal gucken, wo's lang geht. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Hoppala, hoppala, hoppala. Keine Ahnung, was er da macht. Okay, okay, dann. Ja, keine Ahnung, muss ich den hier mitnehmen? Kleiner Freund? Nein? Dann nicht. Die Zeiten, wo ich mit Puppen gespielt habe, ist Langfobol. Och, Lampe. Okay, ich bin hier reingekommen für eine Spritze, die mich heilt. Ich habe dabei aber irgendwie dreifach so viel Schaden gekriegt, wie die Spritze mich kalt hat. Brennt denn jetzt die Fackel in mir? Ja, nein, vielleicht. Keiner weiß es. Na gut, dann nicht. Ich kriege auch keine Nachrichten mehr. Außer Remember. Familie Shapes. Kiste. Ich habe schon mal eine Kiste gesehen. Oh, da ist eine Spritze. Drogen. Sind nicht gut. Wie ich nochmal gesagt habe. Immer wenn so ein Spannungsbogen kommt, dann... Ja, ich bin ich. Oh, ich höre Musik. Ah, was bin ich froh, dass mein Handy keine Vibration hat. Okay. Das möchte ich mich nicht weiter, Alter. was ist da kommt er einfach raus ich glaube ich mir das danke also die gegner sind nicht besonders schwer aber hit detection ist er aber muss ich wohl leben sagen wir hier ja ich habe sie lesen aber irgendjemand hatte echt viel spaß mit seinem guten erding also irgendwas ich weiß ich habe der fucking pistole aber ich habe sie noch nicht einmal benutzt ist egal daran dass ich ohne dass ich mit pistole nicht leuchten kann das heißt es bringt mir nichts wenn ich die gegner nicht treffe ja und ich will auch keine munition verschwenden ich habe bis jetzt noch keine gefunden wie viel schluss habe ich überhaupt sehe ich das irgendwo ja so geht es natürlich muss ich halt nebenbei noch tab drücken kannst du nicht zielen und holy shit da bin ich mit messer her besser dran vor allem ich glaube ich habe dreimal daneben geschossen oh mein gott texturen 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 was ist das ein unglaublich überdimensioner schlüssel robding nagisch möchte ich sogar fast sagen kann ich hier rein keine ahnung ich sehe es nicht okay besser besser ist es ja jetzt habe ich den schlüssel und weiß natürlich nicht wofür ich habe nicht mein inventar oder so also ich kann es nicht mal nachgucken das geht noch hoch aha ich habe den schlüssel benutzt du bist nicht mal aus der tür raus du arsch machst du zumindest auf toll leerer raum ey so monte es vivi heißt so viel wie büße für deine sünden oder so stabiles glas für eine schule okay das war es mir ist hier nicht oder abonition und noch mehr drogen oh mein gott ihr könnt euch nicht vorstellen echt jetzt kam der sound schon die ganze zeit dieser resident evil ich habe ein herb genommen sound echt jetzt okay das war's gut schön dass wir das gemacht haben ich weiß gar nicht was ich jetzt gerade sagen würde jetzt hat mich der resident evil sound totaler auserfassung was here everything inundated as you here through the achieve you can easily go into the school as far as i remember and you should know the way to achieve lies through the office of physics only how you can go to the island as you like and when a big schoolboy and the complex holy shit warum ist hier jeder sich also das was ich am meisten an schulen hatte dass sie so verwinkelt sind warum müssen schulen so verwinkelt sind wir hatten damals eine unglaublich ich sollte aufhören es unglaublich scheiße zu ziehen was wollte ich jetzt sagen also ja unsere schule war damals auf die ich gegangen bin so viel einfacher einfach nur eine straight linie und links waren alle klassenräume fertig das war die schule Nope. Okay. Na no. Na no. Will jemand hier? Nein. Nein. Das sieht aus wie Haut. Okay. Nicht, dass es mich interessieren würde. Was auch immer. Wahrscheinlich gleich kommt er. Ey, Checkpoint. Hier gibt's Checkpoint. Cool. Okay, wir versuchen es nochmal. Scheiße, ich sehe nix. Jetzt aber. Headshot. Noch einer. Jawoll. Man muss nur zielen und treffen. Easy. Was ist hier los? Oh, klavier. Decker, brother. Okay, ich durfte nur eine Note spielen. Punkt. Nein. Maul da. Ich mag Radius nicht. Die sind mir zu statisch. Hallo. Außerdem verstehe ich eh nix. Was denn? Ich mein... Moment, ich lad grad... Au, deine Reichweite ist ja... Ah. Dürfte ich das haben? Danke. Hat mich die Tafel grad angeschrien? Hat mich die Tafel grad angeschrien? Boah. Okay. Sonst ist hier anscheinend nichts weiter. Äh, wuh, 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 wuh. Ja, für die Leute, die sich immer wundern, was das für Hintergrundgeräusche sind. Das sind irgendwelche Raser, die vor mir, an der Hauptstraße durch die Gegend fahren. Ja. Man könnte denken, dass das irgendwann mal, irgendwie mal mal auffällt, aber... Nein. Ich persönlich hab da nichts gegen. Außer, dass die mir immer direkt ins Video reinfahren. Aber sonst... Tive Mürfe. Okay, da ist ein Pfeil. Ich schätze, das hat irgendwas zu bedeuten. Hallo. Äh... Lass mich raten, ist keine Waffe. Naja, okay. Ich behalte lieber das rustige Messer. Das scheint mir ne bessere Alternative zu sein. Oh mein Gott. Ja, da würde ich auch schreien. Holy fuck. Nein, nein. Äh. Ich liebe dich hier Gesänge. Okay. Ich hab ne Brechstange. Ich weiß nicht für welche Tür, aber... Für irgendwas wird das schon gut sein. Ich weiß nicht, welche Musik ich von beiden schlimmer finde. Die von den Frauen oder die von dem Typen. Was ist hier noch? Ach Gott. Wie geht das? Welche Tür muss ich jetzt aufrechnen? Die hier vielleicht. Ich meine, da ist Blut. Das hat irgendwas zu bedeuten, denke ich. Ist das so viel Munition? Habe ich die alle komplett übersehen oder was? Oder was bauen die nach? Oder es bauen die random nach? Alles in Wirklichkeit. Ich habe gehört, man kriegt ja auch irgendwann eine Stolz. Ich hätte gerne eine. Nicht, dass ich damit umgehen könnte, weil... Naja, ich krieg eh auch Fresse, aber... Ahhhh... Okay. Von hier komme ich, richtig? Ich meine, das ist ja die Cafeteria. Hier war noch eine Tür. Nope. Oder... Moment! Da fällt mir grad was auf. Ich dachte, das wäre ein Grafikfehler. Jedes Mal, wenn ich irgendwo da oben lang gelaufen bin, wurden mir Bretter angezeigt. Die haben so komisch geläuchtet. Ich dachte, das wäre ein Grafikfehler gewesen. Aber jetzt mit der Brechstange... Wenn ich so drüber nachdenke... Wo waren die scheiß Bretter? Das ist die wichtige Frage. Ne. Die waren sie nicht. Äh... Scheiße! Die ganze Zeit wusste ich's. Nope. Hier war die Brechstange drin. Das ist schon mal am Anfang. Aber hier will ich nicht hin. Was ist hier irgendwo an einem Fenster? Ich habe keine Ahnung mehr. Meint, ich bin ja dreimal dran vorbeigelaufen. Oder zweimal. Ein Scheiß. Oh, Leck. Wie war das denn? Ärgerlich wird's natürlich, wenn's dann das trotzdem nicht ist. Aber sonst... Ich war doch nicht viel unterwegs, oder? Ich mein, groß rumgekommen bin ich hier nicht eigentlich. Hier nicht... Hier auch nicht. Hier... Ah, sie sind da, sie ist da sie sich, eh? Hallo ist jemand drin? Was ist? Dann halt's den Maul. Ja, warte, ich würde mich gerne erst noch kurz in den Raum hier umgucken, wenn möglich, und dann springe ich raus. Ah, eine Tür. Das hat er geschrieben? Was ist mein Licht? Warum machst du dein Licht hier erstmal wieder raus? Es ist nicht so, als würde dein Akku leergehen. Lass mich hier alles umgucken. Oh Gott. Do you remember how you and the boy run alone with the corridor? Now you run alone here away from yourself. Nee, ich renne nicht von mir selber weg. Das wüsste ich. Ja, hol doch raus. Hol doch raus, Tanny. Hol doch raus. Aha, okay, also ich kann schießen, während ich... Okay. Na gut, machen wir's so. Hab ich da einen Arm gesehen? Nein, es war nur Schimmel an der Wand. Ich bin natürlich gerade manövrierfähig wie eine Kartoffel, weil... komplette linke Hand gerade im Beschlag genommen wurde. Und ich deswegen natürlich nicht sehen kann. Danke. Sehr nett. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Okay, keine Ausschweifung mehr. Look like you still have to look for the keys again. Smiley face. Ich brauche erstmal ne Spritze. Ein paar Drogen würden mir gut tun. Hallo. Fresse. Okay, so langsam hab ich's raus. Einfach draufballern. Dann klappt das schon. Gib mir das, bitte. Warum ist das jetzt nicht mein Lichtlingsofen? Das hilft nur minder. Nein. Nein. Nicht zum heilen. Okay. Verschwendung von Munition. Nee. So viel zu. Ich hab den Dreh langsam raus. Ich bin gleich tot. Au. Wo war der letzte Checkpoint? Gab es überhaupt einen Checkpoint? Oh cool. Der letzte Checkpoint war bei Punkt. Okay. Well then. I'm a little bit fucked. Weil ich habe nix zum Heile. Heile heile. Ich mein, es ist ja schön, dass hier überall Munition rumliegt, aber das hilft mir nicht. Ruhig halt mal ein bisschen mehr Leben. Danke. Sehr zuvorkommen. Jetzt kommt der Sound von dem Herb nicht mehr, ne? Traf die Spiele nicht. Äh. Alter. Nee. Einfach nee. Sprechstunde für den Direktor ist vorbei. Ich will ja spawnen aber auch einfach so, ne? Hallo, gib mir schön. Tschüss. Hallo. Tür ist zu. Wenn ich hier reingehe, ist da nur Munition drin, die ich aber eh wieder verballer, wenn ich wieder rauskomme. Also, lassen wir das? Nein. Okay. Hm. Okay, also nochmal die große Schulklingel deuten und dann hoffen, dass das auch so funktioniert. Der braucht ja mittlerweile schon drei Schuss. Vier. Fünf. Ach, keine Ahnung, wie oft ich da jetzt reingeballert hab. Oh Gott, hier gibt's noch ne Stufe runter. Warum gibt's hier ne Stufe runter? Warum gibt's hier ne Stufe runter? Wo bin ich? Seit wann bin ich in diesem Raum? Willst du mich verarschen? Was ist passiert? Ich hab nur nachgeladen. Na gut. Okay, dann geh ich halt runter. Was zum Ecker? Messer? Licht. Ob die hier ist. Okay, hier ist nichts. Wenn ich jetzt wieder hochgehe, ist denn da was? Bin grad ein bisschen verwirrt. Wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Ist das der Nachsitzraum? Darf ich nicht mehr raus? Hab ich gegen die Schulregeln verstoßen? Was ist los? Scheiß. Stuhl. Eh. Schulleigentum kaputt machen. Kein Bock drauf. Jaja, ist schon klar. Das hab ich verstanden. Ich... Oh. Muss man das echt so schluss? Schlimmen... Gestalten hier. Na gut. Okay. Ist ja kein Problem. Äh, äh, warte. Ich könnte dir viel sagen, wenn wir nicht all das alles mehrere Mal haben. Ha, hm, ha, ha, ha. Okay. Sieht nicht so aus, als würde hier ein Schlüssel rumliegen, oder? Ich muss jetzt aber nochmal gucken. Nope. Nö, nö, nö. Okay. Na guti, guti. Alter. Gibt's noch gamligere Schulen? Aber I am calm. Yes, yes, yes. I am calm. And you are calm too. Äh, ja. Das ist kein Grund, mich abzustressen, ehrlich gesagt. Hey, you. Er meint hier. Oh mein Gott fliegen. Oh ey. Liegen im Badezimmer. Mhm. Hallo. Okay. Okay. Jemand war wohl schon vor mir hier. Damit kann ich leben. Fresse. Das ist eine Menge Blut und eine Menge Gedärme für so ein bisschen Vieh. Aber okay. Äh. Ist das jetzt mein PC? War das hier irgendein PC? Ich bin gerade verwirrt. Äh. Okay. Moito. 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 Ach Gott. Nachladen. Was bringt mir dieser Raum jetzt so im Allgemeinen? Kann ich den hier irgendwie anfassen oder irgendwas mit dem machen? Nö. Na gut. Dann nicht. Dann wieder zurück. Die Tür ist abgeschlossen. Gehört das so? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub ich hab beschissen. Ha. Ich freu den Schlüssel. Wer hat's gedacht? Nope. Ich bin nicht für die Tür. Ha. 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 Okay. Ach das sollen lachende Gesichter sein. Okay. Ich mein hier liegen so viele Sprit... Ne zwei. Was seht ihr gleich irgendwas? Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht. Ich hab... Äh. Grafiks. Ist ja auch alles auf hoch gestellt. Wir stellen's mal runter. Einfach nur 40 Seiten. Oh mein Gott. Das dauert. Oh mein Gott. Ey. Das ist einfach. So. Ich hab die Grafik jetzt mal runter gestellt. Ich seh ehrlich gesagt keinen Unterschied. Aber ich hoffe, dass diese Mini-Lags irgendwie... Mini... Die großen Mini-Lags. Dass die mal aufhören. Das wäre sehr angenehm. Ich weiß nicht. Hab ich das Spiel jetzt beschissen, indem ich einfach über das Ding rüber gesprungen bin? Ich hab vergessen, dass das der Raum war. Stimmt. So, dann müsste es ja hier aber theoretisch weitergehen. Was es aber nicht tut. Ich mein, wenn du nicht willst, dass irgendjemand über Hindernisse springt, dann gibt ihm nicht die Funktion, dass er springen kann. Wäre wohl das einfach so. Ja, der Raum ist zu... Weiß ich ja. Hier ist nix drin. Ah, da brauchst du nen Schlüssel viel. Hm. Wenn du jetzt hier reingehst, kommt das wieder? Nochmal? Nein. Nein, ich seh doch nix. Mann. Spring. Hier kann er nicht drauf springen. Okay. Ich bin verwirrt. Ich denke, ich melde mich, wenn ich weiter weiß. Oder so. Mal gucken.